Okay, kommen wir also zur Manöverkritik. Offener Campus. Ich würde mir da vielleicht ein Minus geben. Hat einigermaßen geklappt, war sogar ganz gut. Technische Probleme aus welchen geheimen Gründen ist die YouTube-Datei hinüber. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es war nicht so ganz einfach, gleichzeitig Powerpoint zu bedienen und dann am Skript sich zu halten. Ich bin auch oft vom Skript abgewichen. Meine Logopädin meinte dann zu mir, du musst mehr deine Ex, deine Witze auf den Punkt bringen. Das muss knackiger rüberkommen. Insbesondere kann man merken, eben wenn ich vom Skript abweiche, dann rede ich schneller und unkonzentrierter. Das ist auch nicht optimal und ich muss darauf achten, dass bestimmte Passagen einfach nicht zu lang werden. Sonst war ich ganz zufrieden damit. Ich habe das komplette Skript auf meinem Blog abgelegt, könnt ihr unten in den Links sehen. Und ich habe auch noch die Powerpoint-Präsentation hinterlegt, damit man die auch hat. Ja, ich freue mich durchaus auf eure Kritik. Sagt, was ich nächstes Mal anders machen muss, besser machen muss. Das hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, die dabei waren oder die es online mitgekriegt haben, fand es auch gut. Ja, und dann bis zum nächsten Mal zu einer Verstandschaltung. Nicht wahr? Bis dann. Ciao.